Ich bin sehr froh, dass ich ein Safe-Taste gemacht habe. Mein Laptop ist gerade abgestürzt. Nicht so, dass er überlastet wäre oder so. Nee, er hat sich einfach aufgehängt und es war nichts mehr los. So, so hatte ich das gemacht und dann... Das ist echt nicht sauer, bitte. Schauen wir jetzt mal die Chigi, wo sind wir? So. Damit haben wir beim nächsten Mal die Chigis wieder. So. Dann gehen wir wieder zum Haus. So. 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 immer nicht diese schreckliche welt verlassen weil ich nicht weiß wo die letzte honigwabe ist müsste also ich guck das jetzt einfach nach ja ah Okay. Komm, muss doch irgendwo stehen. 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 Ne, steht hier nicht. Ne, steht hier. 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 gehen dann noch ein letztes mal darum es gibt ja sonst kein hau oder oder ist das ganz oben gemeint könnte auch sein da hätte ich auch nichts gesehen aber ihr mutter soll es angeblich sein oder wenn wir beide nein komm jetzt bitte hat kein pack mehr hast du ja genau so unfähig sein nicht mehr normal danke bleib drin hoffentlich das allerletzte mal da hoch da kann man ja nicht hoch oder hier ist es nicht geben wir noch mal da hoch vielleicht habe ich es da wirklich übersehen wo ist das dachgeschoss des eichhörnchens ist das hier etwa nicht das dachgeschoss des eichhörnchens während des winters da frage ich mich ob ich hier verarscht werde da ist schwer ist hier auf skype ok skype wird mir gerade nicht angezeigt ok dann halt nicht dann gucke ich halt nicht nach so ähm jetzt noch mal da ganz hoch vielleicht ist wirklich das da gemeint und im neben dem bietet es aus wenn er kisten ist in den jungen kisten Okay. Wie zur Hölle? Nee, der meint da. Ich soll das Fenster da oben ein... ...feste laden. Ich soll da oben das Fenster einschlagen, das sagt er, dass... ...und da soll irgendwo ein Ast sein. Mit diesem Sprung soll ich ihn erreichen können. Mit dem Sprung erreiche ich gar nichts. Wollte ich mir jetzt ernsthaft ein Video angucken, wie das geht? Gibt es ja nicht. Komm, gib mir einfach ein Video. Wollte ich dir. Vielen Dank. Ja, komm, laden wenigstens das Video.